Ich möchte Ihnen das Space & People Customer Connection System oder kurz CCS vorstellen. Sie werden unser CCS in Einkaufs- und Fachmarktzentren und an anderen Veranstaltungsorten in Deutschland und UK auf Flächen mit hoher Kundenfrequenz in der Nähe von großen Ankermietern finden. Dieses Standsystem bringt große Vorteile für die erfolgreiche Kundenakquise Ihres Unternehmens. Was ist der Nutzen für Sie? Nun, das CCS ist aus vielen Gründen ideal für Ihre Kundenakquise. Wir können Ihnen das demografische Umfeld des Standorts mit der für Sie nutzbaren Kundenfrequenz anbieten, die zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Kampagne passt. Dies ist eine sehr effiziente und effektive Möglichkeit, mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Ganz ohne lästige Kosten für Standdesign, Bau oder Logistik. Und das bei einer deutlich höheren Akzeptanzrate durch Center und Kunden als mit den wirklich keinerorts gern gesehenen Pop-Up-Bannern. Es ist so stressfrei. Wir können Ihre Werbeinhalte wie Videos, Bilder, Logos oder Grafiken auf die Bildschirme des CCS laden, sodass die Standbesatzung ohne weiteres Zutun sofort starten kann. In einigen Centern können wir auf Wunsch auch einen partiell personallosen Auftritt Ihrerseits ermöglichen. Mit Ihren Werbebotschaften auf den Bildschirmen und einer zu Ihrer Marke passenden Hintergrundbeleuchtung des Standes erhalten Sie einen sehr aufmerksamkeitsstarken und individuellen Auftritt, um potenzielle Kunden auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen. Das ganze System ist darauf spezialisiert, Ihre Markenbekanntheit zu erhöhen, neue Kundenkontakte zu generieren oder sogar neue Produkte im Markt zu testen. Es ist ideal, um Vertragsabschlüsse zu generieren, Sonderaktionen und Marktneueinführungen anzukündigen, Werbeaussagen zu platzieren und Eigenmarketing zu betreiben oder auch Teil einer überregionalen Werbekampagne zu sein. Die Ausbreitung des CCS in unserem Portfolio vergrößert sich laufend und wird dieses auch in Zukunft tun. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie uns unter 040 35 70 40 125 oder info at spaceandpeople.de www.rp.mausharbox.com www.rp.mausharmos.com www.rp.mausharmos.com